Was hast du wieder ganz gut gemacht? Okay, das ist jetzt Teil 2 von dem besoffenen Video. Besoffen habe ich immer getan. Aufgehauen ins Nebenzimmer. Dann müssen wir noch schnell ein anderes Video aussehen. Machst du schon aufgeregt? Ja, ich muss ihn auch. Das fängt doch nicht an. Er ist schon aufgeregt. Was ist das? Was da? Oh, nein, nein. Ich lasse uns. Ja, 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 ja. 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 Ja, 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 ja.